Jochen, was machst du morgen? Ich weiß nicht. Vielleicht gehe ich zum Capoeira-Kurs mit Paul. Aber ich möchte lieber ins Kino gehen. Mensch, Capoeira möchte ich gern sehen. Aber ich gehe ins Kino mit Verena. Mit Verena? Hm, ich würde lieber mit Verena ins Kino gehen. Aber bitte, hier ist mein Ticket und ich gehe Capoeira sehen. Boah, super! Boah, super!